Wusstet ihr eigentlich, dass Minecraft dieses Jahr 15 Jahre alt wird? Ja, wirklich 15 Jahre! 15 Jahre! Und wie jedes Mal bei solch einem großen Jubiläum wird auch Minecraft dieses Jahr was ganz Besonderes starten und es sind sogar schon zwei interessante Leaks dazu aufgetaucht. Da hätten wir zum einen dieses brandneue Cape hier für Java und auch Badrock-Spieler. Scheinbar soll dieses Cape dann in der Geburtstagswoche erscheinen und jeder kann sich das dann kostenlos abholen. Außerdem wird es eine Art Behind-the-Scenes-Buch geben, das auf 1000 Stück limitiert sein wird. Diese 224 Seiten sollen die komplette Geschichte Minecraft erzählen und kosten umgerechnet einfach mal knapp 170 Euro. Habt gerne mal in die Kommentare, was für diesen beiden Dingen für euch interessant sein wird und wie lange ihr schon Minecraft spielt.